ja und willkommen zurück zu arg aufs maul okay vielleicht etwas übertrieben aber phoenix wo bist du? bei dem anderen Bööö? also bei dem anderen Bööö? ja bei dem 43er okay the first Bööö und er hat einen Schuss in der Fräse okay nice ähm eigentlich kann ich auch mal unseren anderen Kano da oben looten ähm hab ich schon okay sehr schön dann kommen wir mal zu dir da runter falls irgendwie kacke passiert oder so dann bin ich am stitzel ich seh da unten schon wieder so Teri rumsteppen ähm ja folgende sache es ist immer noch nach dem 24 stunden stream ich bin ein wenig müde er ist immer noch kompletter marsch auf gut deutsch ja kann man jetzt so pauschal doch nicht sagen oder? doch gehörst dich nicht selbst ja gut okay ich habe gerade mal kurz die agro übernommen hast du ihn ne ich habe ihn nicht gehauen also außer ich habe Trampelschaden mit einem Kano an einem Bär aber das würde mich wundern ich würde mal sagen da kommt wieder keine frage will ich aber nicht Pisser passt schon passt 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 du hast jetzt keine Bär gefressen oder? darfst du wirklich nur im allergrößten Notfall zu fressen? achso ne ne mach ich nicht aber ich gehe halt immer dazwischen wenn der dich agro wird Kano hat doch ein paar HP oh der blutet jetzt schon nicht so geil da muss jeder Pfeil sitzen aber Goos wenn du recht hattest das mit Dododex das die scheiße labern scheiß vielleicht auch mit der Todeswahrscheinlichkeit ja gut das kann natürlich sein dass Dododex Doofmenge sind das sollte Doofi Dex heißen oder so ey wenn du in den Terry renst ne ich bring dich um mhm lecker ja was ist denn der Terry für ein Level ich habe ein 7 ok den könnte ich im Notfall umhauen glaube ich vielleicht hat er viel Milli Damage wenn er wenig Leben hat das wäre auch geil dann muss ich 2 abskillen das wäre halt geil wenn der überhaupt mal legt Alter kommt das Terry vielleicht noch einen Meter näher ran? ok ne jetzt dreht wieder um soviel zum thema die KI wurde gefext er liegt nice ganz kurz 750 wait 130 Millidamage können wir ihn bitte in die Tonne klopfen so liest du ja und aber 1000 Leben ok das ist äh das Terry ist übel noch lauf 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 hast du Prime? äh ne hab ich natürlich nicht aber ich kann gerne von den Alu's klatschen gibt's so ein Megatherium Prime? hm? ob so ein Megatherium Prime gibt's? ne aber so ein kleiner ne da unten ist ein Stego also ich weiß es wird ein großes Gebäude mit dem Climber in der Tische oh Gott ähm ja keine Ahnung ich hau grad hier so ein Stego um ja ich sehe das ich wette jetzt kommt vielleicht diese hässliche Hyäne oder wir wieder den Kill stealen oder? ich hau die ja gleich wie ne ähm ja keine Ahnung ich hab äh gerade zwischen den Folgen noch gelesen dass ich na egal das muss ich jetzt hier nicht unbedingt bereit treten ähm wer im Stream dabei war ne egal ich bin zu faul das zu erklären ähm okay jetzt hab ich auf jeden Fall Prime für die nächsten 10 Thames also ich hab noch genau 30 Pfeile ne? der hat gerade 30 gefressen eventuell der andere auch ja passt doch dann äh mikrofon muted mikrofon activated okay ich hab's gehört äh im wahrsten Sinne des Wortes weil man hat ja auch nur äh gehört ach Teri komm jetzt geh doch da weg okay ruckst es einfach rum hast du da hinten Lustro gerade ge- boah neiiiin ey der lohnt sich übel man komm du mit jawohl ich mein Süß äh wahrscheinlich läuft das kleine Viecher zu den Teri und das Teri wird aggressiv na ich weiß ja nicht wollen wir den Teri haben wir gerade umhauen ja drauf oder er hat auch den Park immer kannst du das noch mit drauf schießen ey da ist dein Schaden direkt ja ja naja obwohl den Kling war easy äh warte mal ich hab erst den Galli getötet die Sklade greift grad mich an gell? ja ich weiß hat er den Bär angehittet? ich glaub nicht ne räumen ist da eigentlich genug drin sein im Bär oder? ja ja wollen wir dann grad den anderen noch betäuben oben? ja komm lass doch gehen ne haben wir denn ne Sattel haben wir natürlich auch nicht mehr oh Gott der Sattel kostet auch wieder CP ne? eekelhaft 100 ah geil aber Keratin haben wir genug das ist nicht das Problem achso ok nice naja gut auf jeden Fall halt aufpassen das war keine Chitin dafür verkraft an der ganze zum Canyon nicht im Canyon Kaktus und Farmen wäre noch an unserem Gebiet da hat er auf der Grenze und würde was komm lass mich nicht die Medi hätten aber das Ding abbauen wo ist der Bär? ähm keine Ahnung Dude alter mein Hals ne 41 hab ihn taunt um das Aggregationssystem bitte laufen sie geradeaus weiter bitte folgen sie der Straße ja bitte folgen sie dem komischen Vogel da vorne mhm tönt mal bitte den Archie danke der da direkt neben unserem Dyerbär steht danke hauptsache der ist natürlich wieder Level 40 was denn sonst? wenigstens sterben andere auch mal dumm im PvE oder wahrscheinlich zumindest auf jeden Fall sterben andere auch das ist angenehm nachdem wir da letzte Session so vorgelegt haben finde ich das echt ganz angenehm das andere als auch wieder PvE sterben halt eine beschwimmen so im Prime der musste Level 40 sein oder? ich kann gerade nicht dazwischen gehen weil ich level ok jetzt kann ich wieder oh der tracet immer noch dicht pass 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 jetzt hast du ein Problem weil der ist schneller wie du ja normalerweise nicht durch den Wald oder? der ist verloren by the way ja bitte mal kurz bitte mal kurz sag mir falls der wieder zu mir kommt hm also wenn das flüchtet dann nur in deine Richtung ok ja keine ahnung was mir nur gerade mal so auffällt ist dass ich halt tatsächlich auch wenn ich meinen Kano verliere ziemlich am Arsch bin ähm hast du noch äh rareflowers? äh ne du musst ey doch hab ich aber hol dir mal bitte wieder ja also ich hab noch welche ich frag halt nur dass wir halt also im Notfall wenn du halt safe stehst dass du gerade eine frisst und die Agro übernimmst komm mal bitte mit ja der kommt wieder passt 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 ich hab's ich hab's unter Kontrolle du kommst hier hoch? lol der hat melee damage bitte was? was? tot der ich loote dich mal ja und dann schieß mal wenn möglich weiter ich komm wieder nackt äh alter was hattest du alles dabei? ja eben hä fast nichts trotzdem voller kann er überladen der hat vor allem seine komplette Rüstung zerpflückt ne? natürlich hallo hast du den Hit gesehen? der hat einen 130er Hit gemacht alter ey was ein fecker ne? der macht jetzt schon 130 Schaden gib dir das mal 130 alter krass das ist schon auf einer Skala von 1 bis krank krank ne man das ist schon op patch den übelst krassen Bär raus ich glaub das wird wieder mein Monster Bär so ach ja natürlich Bär lauf in andere Bären rein danke dafür alter ach du mein Sohn vor allem wahrscheinlich hab sie alle die gleiche Farbe oder? ja ne aber es ist halt trotzdem hart nervig welcher von euch ist denn jetzt der Richtige? der da hinten okay ja hier da das müsste unser Bär sein sozusagen dann geh ich auf den Kahn und du schießt danke ja ich hätte nur gerne einen Stein wo ich nicht sofort gekillt werde welcher ist der Richtige? der hier vor mir ähm äh tu mal die Pfeile und die Dings ist inf alter ne ich weiß halt echt nicht so wirklich wo ich hin soll kannst du warte mal gerade ja wir könnten den mal hier runter locken und dann hier oben uns hinstellen oder warte mal gerade ja was jetzt? so der rennt weg Ghost ach ne dieser Arsch pfff er rennt nicht mehr weg stehst du da oben? oder wo stehst du? äh ich steh nicht mehr da oben aber ich könnte da wieder hin wo ist denn der Bär? der kommt nicht ja jetzt stell dich mal safe bitte stell dich da hinten auf die Klippe da wo du vorhin standest ja oder da ich hab aber doch nur noch 10 Pfeile ne? ja lande da oben nein fress bitte die Blume hm der hat nen Hit von mir ist der aggressiv auf mich? ja es sieht gut aus wo? der steht da unten irgendwo in dem Baum ach dieser Spast da als ob der da drüber kommt aber ich glaub der rennt jetzt immer weg also ich glaub du musst kommen er kommt dann wieder zu dir pass auf er ist hinter dir ja also ich fied ihm also lange der nichts macht ich glaube halt der ist jetzt auch in dieser komplett wegrennt nein nein ich hab ernst auf diesen Mega Terram angeschossen alter what the fuck ich machs ich machs ich machs oh Gott ist akkro dich sorry Alter wie schnell das ist ich hab ja nur noch zwei Pfeile ne was ist Ghost? ich hab nur noch einen letzten Pfeil der ein Desync war gg geht zur Base schnell ich hoffe halt dass die A-losen nicht so krass unsere Butze kämpfen dass ich von der Seite gar nicht reinkomme also ich stug ihn grad fest ja aber der verliert natürlich auch wieder Torpo hm ich mein naja obwohl ne kann ich mal das Linkshut ich kann halt nicht mal das Linkshut machen und dann mit Steinen ja ich glaube aber das Linkshut macht ja zu viel Damage ja halt dich bitte haben wir denn noch überhaupt irgendwas nach der Seite gemässiges Palm auf den Weg nach oben Berries wow ich kann gar nicht fünf Tranker raus machen fünf fünf ja scheiß nein und wenn nicht komm her oh scheiße ah was ist? ja nix hat zugeschlagen aber er ist wieder so neutral sag ich mal ist nicht so geil ja doch jetzt können wir für den anderen Bären einen Sattel machen und können dann ja soll ich dem jetzt die fünf Pfeile noch drücken? ne ich würd warten und dann gleich nochmal drauf gehen ja weiß nicht vielleicht kippt er halt fast ja dann mach ja scheiße ich hab halt keine Ahnung wie ich auf die Range den vernünftig treffen soll wo der jetzt gerade sich bewegt hm hey siehst du die Namen auch nicht mehr so weit hast du gerade gepfiffen? ja ja kann es sein dass mein Name nicht mehr so weit zieht wo bist du? ich komm wieder nein nein siehst du siehst du die Namen noch weit den Bären Namen zum Beispiel siehst du den? ne also ja doch den sehe ich schon du siehst den Namen von dem Bär ja ja soll ich den anschießen jetzt gerade den anderen Ficker oder nicht? ja mach ja wenn ich den mal treffen will ach komm fick doch die Henne warte chill chill lass es ja alles klar er rennt weg stack ihn fest ja jag ihm alle direkt rein ohne zu warten ähm ja ne das war's jetzt auch schon wieder also follow du den Bär bitte in die Base nein 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 hab ich jetzt gefeiert wenn er jetzt da drauf umgekippt hat nimm du den Bär in die Base danke ich mach nen Sattel so lang ich seh keine Namen mehr aber es geht ab ja das hab ich auch manchmal ich mein du kannst ja sonst arg neu starten und wir jetzt ne Pause zwischen den Folgen machen ich mein der Bär hier ist jetzt auf jeden Fall schon mal wieder nice ich mein da haben wir jetzt schon mal einen wieder zwischen du eigentlich ist geworden ja gut immerhin fast 200 Melee ist in Ordnung ich hab schon geskillt 5 Level achso du musst mir mein Stuff gleich bitte wieder geben ähm ja Bär willst du mal deinen fetten pelzigen Arsch bewegen die Base ist noch zu hätte ich nicht gedacht ich bin da drüber gerade auch etwas verwundert gehen wir so rein BOOM ups sorry ja genau eigentlich wären so IEDs mal lustig die man einfach vor der Haustür pläst äh äh so fernst du nur meinst du hm ja ne so wie so ne Claimor halt sind die Dinger achso ja ja mann ich weiß noch nicht wieviel Damage die machen unseren Shit ich glaub wenn man damit nicht rechnet und ich mein die verwendet eigentlich fast niemand sind die vielleicht ernsthaft ganz lustig die kriegen so langsam wieder Metal und alles ran Leute jetzt läuft's so langsam jetzt läuft's so langsam wieviel weißt du grad ja alter ey dieser Bär ist sooo dämmlich der war gerade einfach fast am Tor vorbei gelacht weil die am Leben vorbei laufen diese Spinner so ähm ich schmeiße dein Zeug in den Kano äh lol leer wo macht man denkst du einen Bärsattel im Inf ja warum ich weiß es nicht Dyer Diarrhoe was auch immer Dyer Kraft grad mal was fehlt ACP ähm nicht Stein ja ok für CP was zu erwarten war ähm kannst du bitte mit Staffel in den Kano packen danke die ist drin ach hast du schon ja lol ähm also beschweren kann man sich da eher weniger Ende ok ja dann ähm äh süß Leute ähm ja gut dann machen wir jetzt nach die Erfolge mal gerade ähm das zeig ja mit den Engrams hat er geschrieben zater oles zater wenns euch gefallen hause äh tschüss ciao Katze, guck bei den anderen vorbei jäähähö Spvit F F U F 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